Bei Volmer 4DK Darktide, es geht weiter, wieder mit einer 3er Mission. Tobi, du kannst starten. Jawohl, aber mit Schriften und weniger Intensität und... Kann ja quasi dick schiefgehen, solange es kein... Bitte weniger Schriften. Nee, ist nur Störung, also Sabtage. Ja, aber das wär auch was, nur Modifikation weniger Schützen, einfach nur Melees. Du kannst in eine Pathogen in einer Fehlrefinierung. Du kannst in durch Flow-Control gehen. Das Pathogen selbst kann durch die Gestation-Chamber getötet werden. Deswegen zwischen den ganzen Mission-Targets und verschiedenen Maps... ...habe ich gar keinen Durchspiel, weil ich mich so genau nicht gemacht habe. Ich auch nicht, vor allem weil die... ...die Maps auch keinen besonderen Namen haben, sondern wir haben irgendein Gewurschtel aus Zahlen und Buchstaben... ...kann ja keiner merken, außer wenn es halt ein 40K-Nerd. Das ist jetzt die Sand-Map zum Beispiel. Aber die Sand-Map gibt's ja in fünf verschiedenen Ausführungen. Jetzt hat die Frage, was haben wir schon gezeigt, was nicht... ...das ist halt für den Alles-Zeigen-Let's-Play-Problematik. Darf ich mir so datteln, das ist aber nicht so schlimm. Aber ich fänd's halt etwas besser, wenn wir die... ...wenn wir die wirklich rauspicken können in die Mission, selber aussuchen. Ja. Nicht auch randomized. Ich hätt auch gerne mal alle Maps und alle Missionsarten gesehen, aber ich hab auch... ...gar keinen Durchblick, was ich schon gemacht habe. Ich bin richtig happy mit meiner Waffe jetzt, aber ich werd im Fernkampf noch plus besser. Gegen Schiss. Aber gegen Specials noch besser. Gegen Specials, da bin ich so oder so gut. Mit der anderen. Mit dem Fernkampf hat er damit nichts zu tun. Hätte ich ja doch schneller als die erste. What the fuck? Halt doch mal still. Hinter mir sind scheiß Schütze, der mir die ganze Zeit... Also ich weiß, ob mir was meine Lieblingswaffenarten im Spiel ist. So viel ist's klar. Ich weiß jetzt, welche Tankkampf noch von mir am besten gefällt vom Zeug. Da ist der erste Schuss. Ich bin... Ein Menge Schotgunner. Uh, schießen einfach an mich. Ich hab gar nichts gemacht hier unten. Du liegst mir keinen Geist! Geh ans Waffe, der Starröl! Nicht schuze mich, Boss. Vielleicht ist er nicht klar. Das andere Waffe sollte dich tiefer gehen, wo du sie musst! Ja, erstmal gehe ich da nicht rein. Haha. Wieso nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja? Nehmen wir viel mehr Feuer, als eine vier-Bodyte Team kann bringen. Ja, warte, hier ist die Aufladung. Gute Arbeit, Blue Green! Gute Arbeit, Blue Green! Gute Station! Wir kommen nach bleeding right now! Ich kann das verheilen, auch wenn ich das nicht verfängst, aber viel brauche ich, aber... Ist ja kostenlos. So, ich nehme das? Gerne. ... ... ... ... Nefeson Emperor, who will be the first over their thunds? Please, indulge yourself, Zealot! I'm going to go to you, because there are specials on the way In each other room there are three specials Bye The rage is also gone, but the Uga is still there Is there anything else? Bye, I know I suspect our Explicator has crossed paths with my Enforcer Associates in the past I care little for a psycho's judgement See your mother, because it hurts! Nothing! The Shalot-Frag are overactive! That's fire! That's the virtue! They have no chance if we are all in control Yeah That's just a ass, that's just my biggest weakness Yeah Yeah Yeah, if I see where blaue flames, then I know Then I'll go there again and Hannes help me Yeah It costs a lot of fire It costs a lot of fire Two energy Yeah Don't lose under media for film Stay alert! We're not out of this yet Stop, wait Iniciating crowd control Medikay station This place is a fragment of chatting Das ist noch nicht da. Du fühlst mich nicht besser! Speerfeuer, hör mal! Boah! Noch eine! Oder wo? Nein! Jetzt bin ich dumm. Der hat sich auch bewegt. Herr Emperor, bitte! 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 Reicht jetzt aber auch mal mit den Geschwängeschützen. Oh Gott! Oh Gott! Ah, ich habe das Licht, doch. 4-1 Oh Gott! Ich bin von der Karte, Mann. Killt die Ranger, Fellas! Oh, nicht bei mir. Ich bin von der Karte, Mann. Ich bin von der Karte. Oh Gott, das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf. Ich habe ihn meist keine Mikrorelle. Jep. So wird das Kino beim Kinopolis hergestellt. Genauso. Mit Heretika. Deswegen schmeckt das so gut. Eigentlich steht auch auf jeder Popcorn-Tüte für den Imperator. Sie hat verkauft von den Tüten mit 2 Euro an die Imperator-Tüten. Okay, kennen wir die sonst schon? Die kommen auch nicht. Das Problem ist, dass es auch schon recht lang her, Tobi, deswegen weiß ich auch nicht mehr was. Ja, aber ich glaube, das alles ist jetzt mit den Pumpen, das kenne ich noch gar nicht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, hier lacht wir. Ich komme mal lieber zurück. Was hab ich mir schon mal gedacht, nachdem wir sie schon gespielt. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Oh. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Ich drehe mich um direkt in die Schelle. Oh, hier ist es. Oh, hier ist es. Das ist so gut, hier ist es. Die haben uns weiter zurück. Das ist schön. mit den Disrespekt. Ey, wieso sponnen die denn hier alle hinteinander? Ey, hört mal auf! Rosh! Die! Headshot! Yes! Rosh! Hammer! Elevator's working again. Time to enter the refinery. Ammunition! In about time. We believe. We hope we will not be martyled today after all. I love it! That's a good one, right? That's a good one, right? Oh, I have to get started. I have to get started. All right, get out of here before the next door runs. I have to get started. Was sind die Symptome dieser Kontagion? Hat jemand anderes warm? Was ist das, was wir leben? Ich bin ein Horde! Ich bin keine Worte! Wie stark ist er mich? Auf die anderen Seite. Und? Hinter uns! Hinter uns! Nein, glaub ich. Hinter! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Hey! Ich spring das runter für den! Der geht hoch! Das ist das Ding! Nein! 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 Oh, ja! Das ist ein guter Find! Oh nein! Oh nein! Ich hab' die aber auch schon auf den Weg! Oh! 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 Der Hound ist Nothar! Ich hab lasst, dass ich mir irgendein gang. Ich brauche viel Fleisch! Ich brauche viel Fleisch! Ja! Ich brauche viel Fleisch! 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 Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Und wir lassen! Ja, ich wollte ihn nur anlocken. Ja, ich wollte ihn nur anlocken. Hallo, was ist das? Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Ich brauche ihn nicht! Wut, zack! Wut, zack! Wut, zack! Die! Oh, Hilfe, 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 Hilfe! Ciao! Der läuft weg. Null. Ich glaube, das Pathfinding ändert sich jetzt wahrscheinlich. Ich komme jetzt gleich wieder vor uns. Oh ne, doch, hinter uns. Da kommt der da oben. Da hat er wirklich wieder gefunden. Oh, hinter uns auch. Einfach reinhalten. Die sind halt echt schlimm. Oh, witch, 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 witch. Aufpassen. Ich hab's aber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist. Die letzte Schrift ist dabei hier. Liegt drauf. In mir, ja. Haha. Haha! I think it's in the round environment, maybe it's here? Haha! Da drüben. Hinter dem Jump'n'Run. Hab's da. Bust. Bust. Group up, people! Hm. Guck. Guck. Das wär's, weil das auch immer so wusste. Hm, hm. Hm, ich krieg irgendwie nicht, weil... Alter, ich bin überall angeschossen. Aua! Ich nehm's zurück, hier waren wir schonmal. Aber wir sind hier gestorben. Das war das, wo wir dann diskonnect hatten. Das sah ja, wie Lars schon gesagt hat, da sieht alles einfach so gleich aus. Da sind halt einige Resets, die sich wiederholen. Das ist schwer zum Geschehen. Ja, aber halt auch vom Namen her, meine ich auch. Die Missionen sind auch alle... Also die Map-Namen sind auch alle sehr ähnlich. Spielbarer sind scheiß Schützen. Ja. Kann haben, Typ. Ja, ich bin tot. Ist das denn gut, Jörg? Nein. Da waren... Drei Midis. Ich war auf dem Nahkampf von dem, die aus der Pruxbrüste aufgetaucht. Ah. Ich muss auch noch reinhalten, glaube ich. Aber an den Schuss. Nice. Hm? Naja, haben wir am Anschluss gerade aber nur nach vorne geschossen, bis ich den Automatt reingelaufen. Ich meine... Ich habe ein Problem, wenn ich meine Schuss-Gottes haben... Wir sind einuhgehörter, Volunteer. Wir sind eine Schuss-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes-Gottes. So, Schützen sind ausgedründet. Oh, komm mal mehr. My opinion of her has risen. I confess, our pilot has been risen in my estimation. The house is dead. Oh, it's coming! The numbers are significant! We need a secret generator working! We need to enter the final iterative fields. I can't fight without ammo! Faller! Completion imminent. Blade is attacking! Dead soldiers win no wars. Use the med station! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Try again! Endshaft. Could the bike end? N attaching the enemies to the enemy! Don't go away! I don't think we'll get the folly! Awed! I want to run! We're not going to die! That's why we're not going to die! I don't know where to die! So my careful how we're not going to be. Es ist ein Schuss. Lasst uns durch, wir müssen weg. Mein Gott, wir kennen hier alles wie diese ganzen Kühne. Echt? Hallo, wir müssen hier durch. Ja, wir müssen hier, wir müssen hier. Ja, ging klar. Nice. Das war eine Niedergänzität. Ja, hat man gemerkt, jetzt am Schluss beim Ansturmen hatten wir kurze Ruhepausen. Das hatten wir normalerweise nicht. Aber war angenehm, ja. Neuer Park. Das war aber gerade wieder schön in der Folge. Jawohl. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Taps track diferente.